Von Herzen gratuliere ich der STH Basel zu ihrem 50. Geburtstag, diesem besonderen Jubiläum. Ich freue mich darüber und bin dankbar, dass Gott die STH nun schon so viele Jahre durchgetragen und Generationen von Studierenden geprägt hat. Ich wünsche mir von Herzen, dass die STH mit Gottes Hilfe noch viele weitere Generationen und mit ihnen ganze Gemeinden prägt, mit dieser Ausbildung, die sich so sehr in das Wort Gottes vertieft und ein so wertvolles Fundament für ein Leben und Dienen im Reich Gottes mit auf den Weg gibt. Bei mir selbst sind es jetzt über 20 Jahre, seit ich die STH Basel abgeschlossen habe und ich zehre bis heute davon. Von unvergesslichen Begegnungen mit Persönlichkeiten, die uns unterrichtet haben, aber natürlich auch vom Lehrstoff, ganz speziell von der Leidenschaft für Kirchengeschichte, die ich von Professor Gershin mit auf den Weg bekommen habe und die ich heute an Studentinnen und Studenten des Theologischen Seminars St. Krischona weitergeben darf, was mir sehr viel Freude macht. Aber auch die Sprachen und so viel anders ist ein unglaublicher Schatz, der uns hier auf den Weg mitgegeben wurde. Ich wünsche mir, dass noch sehr viele Studenten, ganze Generationen von dieser Ausbildung profitieren, wünsche von Herzen gottesreichen Segen und ein wunderschönes Fest. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020